Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kami Let's Play. Schön, dass du eingestellt hast zu einer neuen Runde Merchensie 5 auf der Hamburger Map mit der Wuppertalemod und dem Brian. Mahlzeit. Ja, weiter geht's. Wir sind beim Schiffsbrand stehen geblieben und Brian baut jetzt die Brandbekämpfung auf und kümmert sich um das Feuer auf dem Schiff. Ich kümmere mich um die Verletzten, den Verkehrsanfall haben wir quasi mehr oder weniger auch fast abgearbeitet. Ja, und jetzt läuft das hier. Haben wir nur noch einen Schiffsbrand. Nur, nur einen Schiffsbrand. Ja, aufgrund von vielen Abstürzen und wenig Zeit ist es relativ schwer im Moment neue Folgen zu machen. Und toi toi toi, ich hoffe, das bleibt jetzt so wie es ist und dass es jetzt nicht abstürzt und dass wir hier noch entspannt aufnehmen können. Ziel ist es aktuell, aufgrund der ganzen Abstürze immer auf 10 Minuten mindestens zu kommen. Alles, was mehr ist, ist natürlich Bonus und ist richtig geil. Ich schick die Wasserrettung rein. Ja, okay, die kann durch den Zaun fahren. Ja, klar kann der durch den Zaun fahren, das ist ein Profi. Ja, ich hab jetzt schon öfter gehabt, dass das Buggy war, deswegen wollte ich jetzt testen und gucken, ob das hat tatsächlich geklappt. Okay, Bruder steht gleich aus. Jo. Ja, Patienten werden jetzt in den RTB eingeladen. Was gibt's? Wird gemacht. Höh. Erwarte Befehle. Sofort. Ach, perfekt. Höh. Mal gucken. erwarte befehle bin dabei wenn du keinen brauchst auch wieder rein auch von mir steht noch irgendwo ein lf umsicht gerade ach ne ist gar kein lf das ist eine taucherkiste ja in der letzten folge hatten wir ein großes brand richtiges ding lief auf jeden fall lief richtig stark beide einsätze abgefrühstückt würde ich sagen wir warten auf den abschläffer der jetzt gleich drin ist und auch an die verletzten dazu reinkommen ja der rennungsdienst brauche ich jetzt richtig lange der fahrt ja einfach durch eine komplette cd geil das ist schon der blutzeug ja du bist mit dem polizeieinsatz ist gleich schneller fertig als ich mit dem verletzten reinbringen wahrscheinlich das unglaublich es ist es 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 sehr gut weil wenn du jetzt reinschickst, dann bist du kurz nach meinem Fahrzeugen drin was macht der, ah das ist ein NEF oh ich muss mir leider einmal die Nase drücken ging jetzt nicht anders jetzt nicht er kam ich in der Aufnahme, nutzt ja nix so sieht das aus wir fangen wieder rein Ich fahr dir mal E-Bahn Ja, ich mach eben die Demo Oh, ich schicke dir meinen Rettungsdienst und du machst deinen Feuerwehrpark Das ist erledigt Kein Problem Ja, hab ich auch schon verstanden, stell dir vor Ist in Arbeit Ich schicke dir auch einmal für die Zeit erlauben Ja, brauchen wir so zu befehlen Ja Ist auf dem Weg So Was gibt es in Arbeit? Bin bereit Höre Ist in Arbeit Bin bereit Verstanden Aber er versteht uns heute immer noch nicht so sind Was gibt es? Ist in Arbeit Bin bereit Ist in Arbeit Kein Problem Was gibt es zu befehlen? Höre Kein Problem In Ordnung Ja Erwarte Befehle Wird erledigt Bin bereit Jawohl Ja, auch fertig Sagen wir mal mit dem Megafon aus Und was verstehst du es heute nicht? Wieso zum PU Teilweise eine DL mit rausgeschickt wird Ja Ja, das ist fraglich Es kommt auf die Städte an Ich weiß nicht Manche machen das wegen dem Personal Ne Damit die nochmal zwei Mann mehr haben Auf Autobahnen fährt die ganz gerne mal als Prellbock mit Bin bereit Na, dann steht die hinten und wenn dann einer die Einsatzstelle übersieht Dann fährt halt ihr eine Drehleiter Ähm, statt im Personal Ja Höre Ist in Arbeit Was geht? Ja Es kommt aber immer auf die Feuerwehr drauf an Oh, ne Brandbekämpfung Bei uns fällt die Drehleiter zum Beispiel nur bei ähm Verkehrsunfall mit Straßenbahn mit Ja Bin bereit Okay Bin bereit Alter, das sieht aus wie die ganze Erde ist das Scheiße In Ordnung Was geht's? Bin dabei Ja, bisschen schön aufgestellt Ich hab's zumindest versucht Ja, ist hier unten mit der Demo los Ladies Das hängt an einer Person hier bei der Demo Jawohl Jawohl Okay Ja Ich fang hinten mit dem einzelnen Wagen an, der hinten spielt, ne? Jo Ist in Arbeit So, jetzt müssen wir mal hier oben gucken Aus ungeklärten Gründen ist ein Schiff Oh, ja, 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 schon wieder Easy Ja, ich fang gerade Ich muss mal gerade gucken, von wo ich Das ist natürlich richtig Bin dabei Kein Problem Oh Gott ja das war der einsatzmittel kommt was kann ich ja ich habe keine netz mehr ich muss jetzt haushalt ein bisschen alle raus ich habe hier erst im einsatz ich versuche nämlich gerade die leute hier vom schiff zu retten wenn wir den kurzbrand da brauchte ich eine aber das macht nichts das erste erst mal auch weiß es gleich fertig das heißt wir können uns das nahtlos und das nächste ja lasst das lf noch für lichter den kannst du dir sogar in der zwischenzeit wieder auf füllen ja ok es ist wieder buggy die wasserrettung erkläre ich dir gleich was du da am besten machen so ja ich bin dabei erwarte befehle ich bin dabei boah hat meine russwarnbekämpfung so was sagt die russwarnbekämpfung das feuerlöschboot ist im einsatz ja ich musste das hier alarmieren da kommt keine fahrzeuge an der stelle dran so jetzt kann ich hier den rettungsdienst wieder rein schicken so ich bin dabei jetzt erkläre ich dir gleich was ähm was geht's sofort äh erstmal muss ich mal gucken was geht's kein problem bin bereit bin dabei ja jawohl ok bei mir fliegt ein peeple über die map was geht's bin dabei ja ja höre äh schuld mir nochmal einen anderen rtw hier hoch jetzt hab ich warte das ist war ein bisschen problematisch mit dem rtw ich weiß noch nicht warum der jetzt so rum backt aber gut erwarte befehle in ordnung k h okay einmal notarzt was gibt's blöd gemacht nimm bereit also könntest du dir sonst noch was zum notarzt den ättember alarm machen ja der ist äh der ist aber auch bisschen buggy also ich hätte bis jetzt noch kein problem mit dem echt so du musst jetzt äh eine sache machen das feuer ist aus hier ja genau ich kann jetzt ähm also du hast ja oben die leiste ne du hast ja den debug modus den du dir öffnen kannst ne äh meinst du ist das Marienkäfer da oder der Käfer ne äh nicht den ist das ja Marienkäfer du hast das mittlere Symbol das was in der Mitte ist ja hab ich kein Problem erwarte gut ähm da klickst du jetzt einmal drauf dann öffnet sich in der Mitte so ein Fenster um Bildschirm oben in der Mitte ja da kriegst du nochmal drauf ja genau da gehst du drauf dann gehst du als nächstes auf Funktionen Graphics da habe ich ja irgendwo Functions Functions die Stelle ist für uns nicht erreichbar wir sollten einen anderen Bereich auswählen wir sollten einen anderen Bereich auswählen wir sollten einen anderen Bereich auswählen zu glabliert Mahlzeit wir sind in der Aufnahme mal so zuerst auf Doppel Peace ich bin's wieder das ist so das ist so so Stadtwerke ich schick schon mal die Stadtwerke raus nach wir sollten einen Polizisten mit einem Megabod boah jetzt haben wir hier den nächsten dicken Verkehrsunfall ich geh am Stock Junge wir haben gerade ja was ich ähm dann geh schon mal zu den äh zu meinem kleinen Motorboot und zu dem verletzten der da liegt dann steht da remove irgendwo bei Funktion steht remove das Wasser ist wieder komplett verstanden sofort äh äh verstanden wir müssen alle Besatzung die aus dem Wasser an Landbring bereit Sie werden aber schwächer und könnten sterben sofort was gibt es kein Problem was gibt es gemacht das wird erleden ja aber wir haben hier richtig Theater ähm ähm boah Junge Aufnahme oder nicht Aufnahme easy remove enemy äh ja genau erstmal erstmal die Figuren remove und den verletzten und dann das Boot äh und dann steht dann hinten am Steg steht noch das Fahrzeug ähm das Fahrzeug schick ich mal vor das HQ ja da kannst du das dann gleich remove und danach kannst du nochmal äh musst du aber mit der linken Maustaste musst du dann nochmal das wegklicken wenn du fertig remove bist weil sonst machst du auch die Straßen weg wie sie bin dabei ja und ich konnte gerade komplett im Strahl weil ich nicht weiß wo oben unten ist ja bin bereit bin bereit in Ordnung äh ja so ja wuppertal mhm ja alles klar danke ich hab endlich am Ergebnis Sven und erwarte Befehle sofort vermutlich ein Bruch meines Zahnes in der Horizontalen oi meines Backenzahnes meines Backenzahnes meines ersten Backenzahnes läuft das ist doch mal ja erwarte Befehle ja erwarte Befehle erwarte Befehle dass wir irgendwie die Einsätze hier abarbeiten der Stromausfall ist relativ hartnäckig gerade kein Problem ok äh ich wollte ja noch mehr umfassungsvollen hm Funktion kein Problem zu Befehl ja ich warte immer noch darauf du kannst das Haarlet von dir auch reinschicken ja da steht aber noch ein Schlepper vorzunehmen ja ja das Schlepper ist bestellt ich versuche jetzt einmal die Stromkästen zu reparieren wenn mir das möglich ist ja jetzt mal die Demo oben an ne ja gut gemacht ähm ja gut gemacht gut gemacht gut gemacht so was hab ich hier ja jawohl ey erwarte Befehle boah ich glaube ich bediene mich an allen RTWs ne ja das ist ja komplett miese Brise hier deine RTWs hab ich nicht mehr zur Verfügung da hab ich nichts mehr zur Verfügung und jetzt lass ich mal fahren auch mal kommen okay richtig ätzend Alter bin bereit alles klar bin bereit kein Problem ich weiß nicht wie der Spaß hier auf die Idee kommt überhaupt an diese Stromkästen drum zu basteln ja ohne Scheiß das SEK hätte ihn erschießen sollen ja wenn wir die Einsätze abgefrühstückt haben ne dann äh ja wäre ich schon auch noch am Ende für diese Folge ja kein Problem ja perfekt Junge jetzt geht's wow die sind uns gegen Ende los oh nein was ist denn mit denen nicht in Ordnung oh meine RTWs haben zum Teil kein Personal drin sitzen das ist auch richtig eklig Ladung Pfeffel joa rein schicken das halt auf die muss los da muss ich aber los so so Strafsteiner sind festgenommen passt Prozent 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 zum Schlepper so drei meiner RTWs haben kein Personal die ich hier raus schickte, das ist natürlich wichtig richtig nice ich weiß nicht was da jetzt passiert ist, das ist auch so ein Fehler so ein Stromkasten habe ich jetzt noch abzuarbeiten oder defekte Stromkästen insgesamt noch mehr ja jetzt hätte ich gerne in der RTW ich hole mal ein KTW, vielleicht gelingt mir das ja eine Kopflanzwunde kann ich halt auch mit dem KTW alles klar mal die Demo hast du dahinten im Griff so jetzt kannst du noch mal auf den Debug-Modus gehen ja ja dann kannst du auf Events gehen ja und dann auf Event Win Win Event ja einmal draufklicken nur ja und jetzt kannst du es wieder weg machen alles sonst sonst bricht der jetzt alle anderen Events auch noch ab damit ist das Event abgebrochen oder beendet ich habe gesagt ich bin bereit ähm ja 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 ich bin gleich jetzt hab's das SIK so wie sieht es denn mit meinem Personal aus aus den RTWs also hier kriege ich noch mal ein RTW so, damit haben wir nochmal eine schöne lange Folge aufgenommen eigentlich komplettes Chaos, aber gut Frage ist abtransportiert, ich habe auch fast alle Patienten versorgt es fehlt irgendwie noch einer, der noch nicht versorgt ist was gibt es? kein Problem wer fehlt denn? oh jo der hier boah, wenn der RTW mitnehmen kann, das wäre ein Traum so Verkehrsunfall 1 ist gleich komplett abgefrühstückt das ist schon hart ey also war jetzt hart, jetzt kam richtig viel auf einmal jetzt hat man ganz mal kurz ins Gesicht geschlagen ok ja wird gemacht sofort sooo jetzt habe ich hier noch irgendeinen RTW? ne keine RTWs mehr oh, letzter Stromkasten ist auch noch am Start alle Patienten versorgt sehe ich gerade sooo, was habe ich denn hier noch? höre, verstanden sooo jetzt muss ich meine Patienten erstmal noch suchen, ne? erwarte, verstanden hm, ne 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 ja hm 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 ja ja, wäre schön wenn wir hier auch wieder kein Personal drin es gibt den RTW also ich habe kein Personal für den RTW also ich habe kein Personal für den RTW hier auf so einer Brücke liegt noch einer an der 11 so dann ja dann ich schicke auf das NEF dann rein erwarte bis zur Arbeit so dann den anderen Patienten packe ich gerade den Rettungswagen ja, das war's eigentlich, dann ist der Einsatz abgearbeitet ja, dann können wir langsam zum Ende kommen dann, äh, ja, ich würde sagen, das war's soweit mit der Folge wir haben jetzt wieder größere Einsätze, viel zu tun wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne einen Daumen nach oben da bist du noch kein Abonnent, würde ich mich über ein kostenloses Abo freuen und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal also, bis dahin ciao ciao